Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 5. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle, da hinten steht noch mein Auto, ganz zufällig einen Tornado vorbeifahren sehen und den dürfen wir hier bei den Kollegen, den Brüdern vom Epsilon-Programm abliefern. Die haben ja dann noch ein paar bestimmten Wegen gefragt. Übrigens habe ich hier noch eine Stelle markiert, wo ein weiteres Auto zu finden sein müsste. Also angeblich steht da eines der Autos, die wir brauchen. Bin schon mal gespannt, ob das auch so ist. Bin auch immer gespannt, ob ich jetzt hier gleich auch einen fahrbaren Untersatz finde. Was ist das eigentlich für eine Villa hier, wo wir diese Fahrzeuge abliefern? Ja, den anderen haben sie schon weggetan, ne? Kommsteiger raus. Zack, da haben wir das Auto abgeliefert. Zwei von fünf. Ah, da ist ein Auto, das wir uns schnappen können. Dann würde ich nämlich sagen, schnappen wir uns da gerade ein Auto, nehmen wir diesen da. Fehlern, glaube ich. Lampadadi, Fehlern, GT, Coupé. Sauber. Dann machen wir mal noch... ...wollen wir noch das Dach auf. Einfach, weil wir es können. Und dann fahren wir mal da oben vorbei. In diesem, äh... ...Sägedöns. In dieser einen Straße da, bei diesem Holz anscheinbar, es soll auf jeden Fall irgendwie auch noch so ein Auto stehen. Bin schon mal gespannt. Oh, die Cops. Sind die etwa von diesem Alarm, den ich da von dem Auto ausgelöst hab, gerufen worden? Oder so? Oder von irgendwelchen Passanten, die das gehört haben? Möglicherweise. Zum Glück bin ich da schon längst weg. Zwischendurch mach ich einfach mal das Rad hier aus. Nicht unbedingt, weil es mich stört, sondern weil ich mir überlege... ...ja gut... ...muss das nicht unbedingt sein. Und ich hab das hier schon öfter mal angesprochen. Und sich jetzt nicht andauernd wiederholen. Nämlich mal an. Hopp' ich mal. Hey, ist das nicht genau so eine Karre? Die ich mir besorgen soll? Hey, schauen wir doch mal kurz nach. Da steht auch noch einer rum. Ja, doch. Das sieht so aus. Hat es mal eine andere Farbe? Ah, nicht mal abgeschlossen. Na, wunderbar. Gut. Hä, irgendwie cooles Auto, ne? Das nennt sich also Surano. Ist also irgendwie so eine... ...so eine AZ-Modell von Mercedes. Zumindest hat es gewisse Ähnlichkeiten. Weiß jetzt nicht, ob er dem aktuellen Modell... Ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ob der dem aktuellen Modell wirklich gut ähnelt. Ich glaube, ich bin hier falsch. Gut, ich kann natürlich auch... ...einfach mal... ...weil ich kann... ...das hier machen. Ha! Na gut, ich nehme an... Ich hoffe mal, dass das Zustand des Wagens... ...wie ich ihn bei den Leuten abliefere... ...nicht so aussagekräftig ist. Wobei das ja jetzt schon noch... ...ein etwas teurerer Wagen ist, ne? Als, äh... ...den, den ich eben abgeliefert habe. Das war ja eben... ...ein altes Auto. Ach. Ich kreche natürlich wie den anderen auch vorne noch... Äh, nein. Kriege ich eigentlich die Kohle oder so? So, Lager? Nicht so ein Antithesis. Na ja, das sieht irgendwie nicht so aus. Ach, guck mal da. Es steht hier einfach mal... ...ein Tornado rum und ein Peiote. Ich, äh... ...entscheide mich für den Tornado. Und fahre einfach mal... ...zu meinem Haus. Also Michaels. Da starten wir ja... ...können wir ja offensichtlich eine Mission starten. Ups, sorry. Und, ja, wollen wir mal gucken. Zwei Autos haben wir noch abzuliefern. Die werden wir ja beim nächsten Mal machen. Ich hoffe mal, dass das, äh... ...klappt. Dass... ...einer Auto hat... ...offensichtlich auch wieder einen Standort. Den muss ich nur noch... ...entdecken. Das ist keines von diesen Autos. Und das andere Auto, das muss ich einfach drauf achten, wenn es, äh... ...mal zufällig vorbeifährt. Aber das, äh... ...auto, das zufällig vorbeifahren soll, das ist jetzt auch nicht, äh... ...so, ja, leicht zu übersehen. Steigt mal aus. Wir müssen eh ins Haus rein. Mal gucken, was da jetzt los ist, was da jetzt abgeht. Ähm, in die Küche oder nach oben? Wer will wir jetzt rausfinden? Okay, jetzt im Wohnzimmer. Das kriegst bei ihm begraben. Oh. Hey, Mann. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Ah, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I've finally figured it out. I don't know. Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you, you're a killer. You know? You are a man of action. You do not sit on couches. You take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And, uh, so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me! All right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing! No one gives a fuck about me! I do. Oh, fuck you! I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything! You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! I mean, let me just ask you something. All right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Trevor! Hey! T! Okay, ich glaube, bis eben wusste der gute Trevor noch gar nichts wirklich davon. Ach, der hat sich hier gerade das Auto geschnappt. Mit dem ich hierher gekommen bin? Okay. Alles klar. So, wir nehmen uns mal das aus der Garage. Die Karre will ich eh nicht hier behalten. Fuck you! Hey, komm, woher geht's? Du weißt, wo ich gehe? Fuck you! Du weißt nicht, wo ich gehe? Fuck you! Ach, ich find einen neuen, wenn ich einen neuen da reinstellen will. Aber ich finde, man könnte da durchaus ein anderes Auto noch reinstellen. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck, was alles steht für? Das ist Insanity! Oh nein, das ist klar und eine Reise der Gedanken. Endlich! Stopp, Herr, komm, 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 komm! Ich werde es nicht auf einen anderen von deinen Augen hören. Hey, ich werde es nicht genau aus, wie das ist mit den Autos. Kommen wir hier so, äh... Hier haben wir mal Meldungen gekriegt von wegen, dass wir sie an der Verwahrstelle holen können. Mittlerweile schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die vielleicht voll ist oder so. Es wäre blöd. Ansonsten gucken wir einfach mal nach, ob das Ding da ist. Also mit den teuren Autos, die ich jetzt hier irgendwie gezündet habe und gekauft habe, werde ich jetzt hier nicht groß und zu Missionen fahren, habe ich jetzt keine Lust drauf. Vielleicht... Na gut, auf Gespräche achten brauche ich jetzt nicht mehr. Das Gespräch ist rum. Auf die Straße achten könnt ihr... Oh, Dave wird angerufen. Special Agent Norton. Shit, David. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff, to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with you. Well, I come, but I, 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 I... Yeah, don't worry about it. It's between me and him. Besides, if you're going right up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. Oh jee, da bin ich mal gespannt, was da jetzt noch kommt hier. Das Kriegswellebegramm. Wir fahren jetzt erst mal zum Flughafen. Mal gucken, was dann, wie's dann weitergeht. Also was das Auto hier angeht, bin ich auch irgendwann gespannt, ob ich das wieder kriege. Wie das ist, also so wichtig ist mir das Auto jetzt nicht, das, äh, das, äh, da find ich noch, das find ich noch mal neu. Aber, ich will's halt mal auch ausprobieren, ne? So, schön geparkt. Vielleicht steht das Auto nachher auch wieder genau geparkt. So ship geparkt, wie's da jetzt, äh, ist. Steht's vielleicht nachher auch wieder da. Mal gucken, wir müssen uns nur merken, wo wir da geparkt haben. Ja, danke, da ist ein Zebra... Na gut, äh, da ist der Zebrastreifen, aber trotzdem. Ähm, ja gut. Doch, eher nach oben. Die Cops nicht anrempeln. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Hier die Polizei am Airport anzurempeln. Keine zwei Sekunden später war man tot. Was war denn das grad für ein Typen? Und wir fliegen scheinbar jetzt nach Ludendorff. Das ist das Café übrigens, wo ganz am Anfang in der Einleitung... ...es geschneit hat und es schneit auch wieder. Und wir fahren diesmal aber ein richtig... ...krotziges Rotzauto. Wir gehen nach Los Santos, starte über. Ich habe einen Deal gemacht. Der Schloss wird komplett weggelebt. Hey, everybody, pay attention, no one gets hurt. Trust me, darling. Schau an mich, Amanda. Es war das einzige, was ich tun konnte. Egal, dass jeder sterbt, oder ein Mann rauskommt. Ich bin der Mann rauskommt. Slow and steady, Tee. Slow and steady. His Name ist Dave Norton. Nice guy, realist. Er bekommt die Glück, ich rauskommt. Es ist nicht sogar eine Entscheidung. Amanda, ich habe keine Wahl. Du willst, wenn es hier immer snowen ist? Oder du willst, wenn es hier immer snowen ist? Okay, du willst, sagst du dich, sagst du dich, sagst du dich. Work das rauskommt. Work das rauskommt. Work das rauskommt. Ist klar. Ich frage mich, was wohl ist, wenn man hier mal von der Route abweicht. Ob das hier weit geht? Begebt nicht. Okay, dann. Schade. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht so ein bisschen. Ja, es hat mich ja mega interessiert, was wohl am Ende der Straße da gewesen wäre. Wo man da hin hätte können. Gut, jetzt krieg ich mir den ganzen Dialog hier nochmal mit. Aber gut. Der Schloss wird komplett weggeklappt. Hey, alle, bitte. Keine Ahnung, niemand wird verholt. Trust me, darling. Schau mich, Amanda. Das ist das einzige, was ich tun kann, ist, dass alle, die sterben, oder ein Mann rauskommt. Ich bin der Mann. Wir haben doch hier Straßen. Okay. Cool. Irgendwie finde ich es cool. Man weiß nicht so ganz. Man kann nicht so viel erkunden. Schätzungsweise... Oh, nach Norden kann man rauszoomen, nach Süden nicht. Ich will jetzt hier einfach mal ein bisschen erkunden. Das scheint wohl das Dorf zu sein. Und überall hier Feldwege und Straßen und... Und was das ist... Ja gut, ähm... Schluss. Genügend. So, ich werde jetzt nicht mehr von der Straße... von der Route abweichen. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht darf. Amanda, ich habe keine Wahl. Ich weiß auch nicht, wie weit die... ...landschaft hier modelliert ist. Wo willst du gehen und leben, wo es immer sonnig ist? Okay, willst du leben? Sag mir, du willst leben. Wer ist das? Wer ist das? Wo sind wir da eigentlich mit dem Flugzeug dann hingeflogen? Wo sind wir da gelandet? Es muss ja irgendeine größere Stadt gewesen sein. Aber die Landschaft hier ist auch schon ganz cool, ne? Du musst es nicht wissen. Trust me. Nichts ist going to go wrong. Nichts. Ja, ich höre dich. Wir haben die Spanenstrecke, wo wir da auch schon drüber sind, ne? Ich habe das Problem, Mann. Es ist vorbei. Baby. Wir kommen raus. Sei glücklich. Sei normal. Gut, es wird jetzt langsam so ein bisschen... Zivilisiert, wollte ich gerade sagen, aber... Ja, langsame... Jetzt ist es örtlich. Das Dorf kommt zum Vorschein. Ja, die kleine Stadt. Oh. Oh, ein Kino, ja. Die haben ein Kino, oder? Ja, komm. Schön, wie er da einfach mal so ein bisschen scheibefrei gewischt hat, ne? Mehr nett. Ach, da ist der Friedhof. Alles klar. Nur diese eine Arbeit und alles ist fertig. Alles ist fertig. Alles ist fertig. Alles ist fertig. Ach, Kirche, Friedhof. Und... Oh. Sind wir da gerade durch? Ich gehe nicht weit, ganz ehrlich. Die Bahn blinkt hier. Bahnübergang, da ist... Ist das eine Bahnstation? Sieht irgendwie gar nicht mal so aus, aber gut. Gehen wir mal auf den Friedhof. Ich glaube, das sollen wir ja hin. Da ist zu. Dann versuchen wir es mal hier lang. Okay, so kann man in die Kirche rein. Ich würde ja zu gerne mal... Ach, geil. Die Fenster, wie sie nach draußen das Licht hier werfen. Cool gemacht. Aber ich würde ja gerne in GTA auch die Kirchen mal betreten können. Nicht nur, um da drin Ramin Demi zu machen, einfach nur... Ja, keine Ahnung. Irgendwie Magisch geht... Ach, guck mal da. Da ist er, der Treffer. Und buddelt das Grab aus. Hey, du hast deine Zeit. Ist das, warum du hier rauskriegst? Huh? Sag mir, ich habe meine Zeit verwendet. Ich habe meine Zeit. Gehen wir mal, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist das, was du sahst. Der Typ, der nicht die Ahnung. Das ist schrecklich. Wie lange wirst du immer lieben, Mikey? Wann wird es stoppen? Was passiert in der Nacht... ...kommt in der Licht. Oh, schau mal, Trevor. Es gibt nichts da! Das ist es. Moment der Wahrheit. Was ist es? Es sieht gut aus, oder? Das ist natürlich auch. Wir machen was wir schnell machen, um es zu leben. Das geht nicht. Das Ding an sich nicht gelaufen, wie es sollte sein. Oh, wie war das? Mit Brads auf der Lüge, und ich am Boden? Oder wir beide auf der Lüge. Brad verkaußt, du siehst! Was? Er hat es nicht geschafft. Ich habe einen Schuss, ich habe es geschafft. Das ist alles. Ich denke, das einzige Sache, die nicht so geplant war, war ich auf deinen Türkei, zehn Jahre später. Mikey... Ich schraubte dich. Und ich schraubte dich. Aber ich habe eine fucking Familie, Trevor. Wir waren alle zu sterben. Er hat sich sterben. Du reptillierst, motherfucker! Ich wollte es hier nicht kommen. Ja, du hast! Du hast einfach keine Scheiße gemacht. Aber ich mache es! Ich habe mehr zu verlieren als du. Keine Ahnung. Es wurde immer gesagt, brother. Jetzt schraubt die Scheiße! Du hast die Gutsche. Geh das fucking Schuss! Wer ist das? Fuck! Fuck! Joe Phillips! Herr Choheiser hat einen Gewalt! Hey, ho, ho! Ich bin nicht der Typ, den du recherchst! Hey, schau sie mir! 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 Boyfriend? Motherfucker! Steig in das Auto! Ich werde sie schrauben! Ich werde sie schrauben! Wo sind die Chinesen? Wer sind die Chinesen? Einer. Ach, die sind jetzt beide umgefallen. Sehr schön. Habe ich eigentlich sonst noch was? Geh raus! Schau sie! Okay, ich habe zwar... Ich habe noch nie was gehört von hier. Hier von wegen, dass man einen Benzintrank treffen könnte. Aber gut. Wie viele haben sie in diesem Auto bekommen? Alter, was wollen die von mir? Ich und Trevor, wir sind keine Freunde mehr! Kommt, kommt her! Ich mietzel euch alle nieder, wenn es sein muss. Meine Güte, die ganzen Waffen hat er da gelassen. Na gut, im Flieger ist das jetzt nicht so... ...ne tolle Sache. Es ist nicht so einfach, da... ...mega viele Waffen mitzunehmen, ne? Tschüss! Ich soll ins Auto steigen. Wollen wir mal gucken, ob wir nicht hier vielleicht noch ein paar... ...Knarren einsacken können? Ach, nein! Ihr seid nicht über dich! Ihr seid weg, Scheiße! Geht! Geht! Du hast das angefangen, Scheiße! Ihr seid auf dem Eis, Brick! Und da ist noch jemand! Das ist nicht wirklich! Nein, das ist wirklich! Das ist wirklich! Ihr seid auf dem Eis, Brick! Bill, du hast das weg! Wir sind auch hier! Alles ist hier! Wir sind hier! Ah! 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 Das ist wie viele Leute, die du schenken, um die Travorsamme zu töten? Oh, her damit! Oh, nee! Sie machen einen Fehler! Wir müssen jetzt weg! Was ist das? Ich habe so das Gefühl, dass die einfach hier... ...tonnenweise auftauchen. Travorsamme! Du Dich! ... und dann ist das! Oh! 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 Wir haben uns zusammengearbeitet! Ich werde dich nicht schmerzen! Du willst die Hälfte! Scheiße! Du bist aus deinem Element! Oh, hey, zurück! Mehr Vans, natürlich! Ohoho, du hast vergessen, dass wir die Trainingskabelle checken! Was ist denn da? Lass uns sehen! Du musst nicht mehr gehen, Freundin! Okay, okay. Geh aus dem Auto! Den haben sie eingesperrt hier, den haben sie geschnappt! Wo zum Teufel sind wir hier? Ach du Scheiße! Driver Phillips Industries! Mr. Phillips! Das ist Wei Cheng! Du kennst meinen älteren Zin Tao? Ja, der Ex-Nut! Zurück aus dem Kontrakt, den wir uns aufregend haben. Wie ist er? Er lernt noch die Rampen, danke! Meine Freunde missen dich in Nord-Yankton! Ich hatte es gehofft, dass wir sprechen können! Ist das deine Leute? Ah, natürlich! Sorry, ich habe zu entfernen! Your operation causes problem for me. Ich möchte in Blaine County expandieren, aber dein Business und dein Temperament preventen mich von... ...making inroads. Huh, wow, too bad! Ich weiß nicht, was du kannst damit machen! Ich habe schon etwas gemacht. Wir haben deine Lieber. Wo, 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 wo! Meine Lieber? Michael DeSanta! Ja! Du живst in deinem Trailer zusammen, mit dem Maid. Und dann bist du alleine in diesem großen Haus. Du bist sicherlich sehr nahe. Du weißt, wie viel solltest du für seine Sicherheit geben würdest? Huh, du bist sicher! Körbricht! Ja, das stimmt. Das ist ein schweres Moment. Ich wollte nie einen Freund nachdecknen. Und ihn in förhers чтоб... Aber du musst w還eln an, was du musst. Du musst was hier verursachen. Mein Geschäft ist es nicht in überall. Ich bin wirklich anhört. Und er wird sterben. Sag ihm, ich liebe ihn sehr. Für den reichen Heine bist du dabei. What the fuck? Ja, wahrscheinlich, äh, denke ich schon. Warte mal, die Nachricht, wenn man... Komm, ich werde doch wohl hoffentlich nicht da an diesem... Ah, warum ist er freigeschaltet? Der Augenblick der Wahrheit. Das Kriegsbegraben bestanden. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ähm... Können wir hier erst mal noch erweitern und... Ah, elf von zwanzig Kopfschüssen, alles klar. Gut, dann schuldigen wir uns nochmal diese Nachricht noch. Wir treffen bei mir zu Hause. Frank und ich holen die letzte Karre für den reichen Heine bist du dabei. Alles klar, können wir löschen. Dann würde ich sagen... Ah, Mail. Gucken wir mal schnell rein. Ach so, hier war es schon. Feldhanger, null. Vanilla Unica, fünft... Warum habe ich da null? Verstehe ich nicht. Aber egal. Ich würde sagen, das war es jetzt endlich für diesen Part. Ein recht langer Part wieder mal. Und im nächsten Part geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn wir keinen. Ach so.